Hallo liebe Stiere und herzlich willkommen zu deiner Liebes- und Beziehungslegung. Wir starten als erstes mit den Romance Angels von Doreen Virtue. Ziehen dir da eine Karte und diese Legung ist wie immer, falls du den Stier im Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus hast. So, was ist die Energie für die Stiere zum Thema Liebe und Beziehungen? Und wir haben, was haben wir hier, Finances and Career. Das bringt mich tatsächlich gerade auf die Legung vom Steinbock, falls du Aspekte im Steinbock hast oder es mit einem Steinbock zu tun hast. Denn da haben tatsächlich Finanzen und Karriere auch bereits eine Rolle gespielt. Wir haben hier, Financial Issues are a factor in your love life right now. Also finanzielle Aspekte können hier aktuell für dich in deinem Liebesleben einen Faktor spielen. So, dann gehen wir einmal rein. So, mischen die Karten einmal gut durch. Und für die meisten ist es hier, ich sage das immer wieder, weil die meisten natürlich daran interessiert sind, eine Liebesbeziehung beziehungsweise eine Liebesverbindung in deinem Leben. Ob du mit der Person jetzt zusammen bist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wir schauen uns die Energien zwischen euch an. Okay, dann starten wir mal. In der Vergangenheit haben wir die Herrscherin, die 8 der Münzen, die 10 der Münzen, die 3 Stäbe, den Buben der Stäbe, die 6 der Kelche, das 8 der Schwerter, die 8 der Stäbe und noch die 3 der Schwerter. Am unteren Kartenrand haben wir den König der Stäbe, welcher hier verdeckt noch eine Rolle spielt. Macht total Sinn, auch mit dem Aspekt Finanzen und Karriere, die diese Situation beeinflussen. Insbesondere sehen wir hier auch, jetzt lass uns mal schauen, wir sehen hier 3 beziehungsweise 4 Karten aus dem Element der Stäbe, welche für Projekte stehen, dementsprechend auch für die Karriere stehen können oder für all die Erfahrungen, an denen du wächst. Wir haben hier in der Vergangenheit absoluten Fokus auf die materielle Welt und werden da jetzt mal in die Tiefe eintauchen. Plus wir legen hier auch noch Zusatzkarten mit dem Lenormand. Aktuell kommt hier neue Energie in die Angelegenheit. Entweder du oder die Person bekommt oder gibt dir oder du gibst der Person eine aufregende Nachricht, ein neues Angebot hier. Bube der Stäbe. Das heißt, die Energie zwischen dir und der anderen Person ist gerade ein bisschen aufgrund eines Impulses von außen gefühlt, ist sehr aufregend, ist sehr begeisterungsbegeisternd. Also wir haben eine sehr, sehr schöne Energie, wo vielleicht auch neue Leidenschaft, neues Feuer, neues Leben, neue Energie hier in dieser Situation gerade präsent ist. Wenn wir uns mal die Vergangenheit anschauen, die Herrscherin, im Prinzip ist die Herrscherin tatsächlich eher die Stier-Energie. Die Herrscherin ist die Venus, Venus wird zwar, beziehungsweise Venus regiert Libra, genau, Englisch-Deutsch. Die Waage und den Stier, aber in Kombination mit wofür die Herrscherin steht, ist es eher die Energie des Stiers. Das heißt, wir sehen hier einmal deine Energie. Ich habe auch das Gefühl, dass in der Vergangenheit grundsätzlich Dinge sich ganz gut entwickelt haben. Die Herrscherin sagt, dass eine Situation hier genährt wurde. Vielleicht hast du dich auch ein bisschen auf dich selber fokussiert, auch das kann sein. Aber grundsätzlich sagt man mit der Herrscherin, hier wird in die Situation, in die Verbindung, die Beziehung Energie rein investiert und dadurch wächst und gedeiht und erblüht sie quasi. Ich habe auch das Gefühl, dass du dich in der Vergangenheit grundsätzlich hier recht stark gefühlt hast, sehr in deiner eigenen Energie gefühlt hast. Auch das Thema Schönheit, das Leben zu verschönern, da war hier in der Vergangenheit gefühlt ein Fokus drauf. Wir haben die 8 der Münzen umgedreht, dementsprechend die 8 der Münzen umgedreht. Auf der einen Seite haben wir die Herrscherin und auch die 10 der Münzen, die mir sagen, hier war das Thema Fülle. Dinge haben sich gut entwickelt, Langzeitpläne, ein Fokus auf das Zuhause oder auf die Familie, auf das Wachsen, sage ich mal, der Familie, des Zuhauses. Das Wachsen der Finanzen, das Wachsen im Beruflichen. Aber auf gewisse Art und Weise mit den 8 der Münzen kann es sein, dass jemand vielleicht nicht genug Energie rein investiert hat in eine Situation oder vielleicht nicht so gute Arbeit geleistet hat. Denn die 8 der Münzen ist eigentlich der Experte hier. Vielleicht gab es ja eine Situation, wo es vielleicht wichtig gewesen wäre, sich einen Experten zu Rate zu ziehen in der Zeit, wo Dinge eigentlich gerade ganz gut wachsen und gedeihen. Ich möchte genau dazu einmal eine Lenormand-Karte ziehen, um zu schauen, was es mit den umgedrehten 8 der Münzen auf sich hat. Weil grundsätzlich erstmal wir hier in der Vergangenheit eine Zeit der Fülle sehen. Fülle, auch die Herrscherin ist die Energie der Liebe. Also in der Vergangenheit war das alles soweit so gut. Fokus auf das Familienleben, auf Langzeitprojekte, auf Langzeitpläne. Es kann natürlich sein, dass der Fokus hier sehr war, darauf das Business zu stärken, aufgrund dessen, dass wir hier die Business- und Finanzkarte haben, die eine Rolle spielt. So, worum geht es hier mit den 8 der Münzen? Hoppala, oh krass. Oh, da kommen jetzt gerade mehrere raus. Ja, es ist witzig, dass jetzt die Karte des Rings hier rauskommt, weil aufgrund dessen, dass wir so einen starken Einfluss von den Finanzen und dem Beruf haben, habe ich das Gefühl, dass die 8 der Münzen sagt, dass an der Beziehung vielleicht gerade nicht so viel gearbeitet werden konnte, aufgrund dessen, dass er die anderen Sachen in der materiellen Welt einen Einfluss hatten. Wir haben den Schlüssel, wir haben den Berg, wir haben den Park und wir haben auch nochmal den Ring. Ich habe das Gefühl, dass es hier gewisse Herausforderungen und Blockaden gab, bezogen auf Erfolg oder auf Lösungen, die sich beziehen auf die Öffentlichkeit. Herausforderungen, Blockaden, genau, welche wiederum einen Effekt auf die Beziehung hatten. Also das ist sehr, sehr spannend hier. Ich packe die Karten mal, ich packe mal die Karte einfach hier rauf, packe die Karten wieder einmal mit rein. Also Erfolg, Lösungen finden. Es war hier gefühlt blockiert, es gab Herausforderungen dabei, Lösungen zu finden, die zu tun haben mit der Öffentlichkeit, mit einem sozialen Umfeld, vielleicht auch mit irgendwas Veröffentlichen. Also es gab hier auf jeden Fall gewisse Herausforderungen in der Beziehung, welche dazu oder beziehungsweise wo es gefühlt darum ging, dass sich in einer Beziehung gerade nicht wirklich was weiterentwickelt hat hier, weil eher der Fokus auf die weltlichen Dinge war. Wachstum, die Herrscherin ist die Karte des Wachstums, Wachstum der Finanzen, Wachsen des Geschäfts oder auch irgendwie der Familie, die hier eine Rolle spielt. Je nachdem, worauf sich das bezieht, auch wenn wir hier diesen starken Einfluss haben von den finanziellen Aspekten, die ja eine Rolle spielen. Wir haben aktuell gerade extrem gutes Wachstumspotenzial. Also das ist so weit, so gut. Gefühlt ist das hier überwunden, sprich diese Blockade im Wachstum der Beziehung, der Partnerschaft ist überwunden. Wir haben jetzt tatsächlich den Buben der Stäbe und auch die drei der Stäbe. Das bedeutet, die Situation entwickelt sich weiter, man macht Fortschritte. Es gibt, ich sagte ja schon mit dem Buben der Stäbe gerade, neue frische Energie. Man hat vielleicht neue Leidenschaften, neues Hobby gemeinsam entdeckt, Dinge. Hier gibt es irgendwas, was ihr beide gemeinsam Neues erlebt, was euch begeistert. Vielleicht durch ein Hobby, vielleicht durch Reisen, vielleicht durch Unternehmungen, die ihr gemeinsam macht. Was hier erstmal wieder eine ganz gute Energie reinbringt, was ich gerade höre in den Alltag. Es gibt hier etwas mit den Sechsteckhälchen, die umgedreht sind, wo wir einen Einfluss sehen, dass etwas aus der Vergangenheit zum Thema Nostalgie, es kann was sein mit der Kindheit, was mit der Kindheit zu tun hat, dass es hier irgendeinen Einfluss gibt im Hier und Jetzt, wo die Vergangenheit noch nicht bewältigt wurde oder losgelassen wurde. Und das auf gewisse Art und Weise einen wichtigen Aspekt hier spielt. Wir haben mit den Sechsteckhälchen, also diese Energie von Erinnerungen an die Vergangenheit. Da ziehe ich einmal eine weitere Karte und wenn sie umgedreht sind, dann steckt man gefühlt in dieser Vergangenheit fest. Das heißt, auf der einen Seite entwickelt sich die Beziehung gerade sehr gut weiter, aber einer von euch, vielleicht beide, steckt noch in irgendwas Emotionalem fest, was sich bezieht auf die Vergangenheit. Das kann sich darauf beziehen, dass auf eure Vergangenheit irgendwas, was sehr emotional war, was sich auf eure Vergangenheit bezieht, aber es kann sich auch auf etwas beziehen, was du im Vorfeld erlebt hast. So, welche Energie spielt hier bei den umgedrehten Sechsteckhälchen eine Rolle? Ah, guck mal, da haben wir die Entscheidung. Du hängst gefühlt gedanklich an Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Irgendwas aus der Vergangenheit, was zu tun hat mit einer signifikanten Entscheidung. Da hängst du gefühlt gerade, ich habe das Gefühl, fest in der Vergangenheit. Vielleicht machst du dir gerade sehr viel Gedanken über vergangene Entscheidungen, die du getroffen hast. Das könnte zum einen sein, der 22.09. spielt hier eine Rolle, beziehungsweise die Energie um den 22.09. Das muss nicht in diesem Jahr sein, muss nicht im nächsten Jahr sein. Aber ich habe das Gefühl, die Energie 22.09. kommt hier gerade einmal sehr stark durch. Und dass es da zu diesem Datum gefühlt eine Entscheidung gab, irgendwas, was sehr gefühlt auch emotional war, was hier noch nicht ganz losgelassen oder verarbeitet wurde. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die Energie zwischen dir und der anderen Person gerade wieder an Fahrt aufnimmt. Ja, wir haben diesen Aspekt der Karriere und des Berufes hier. Gehen wir jetzt einmal hier auf den König der Stäbe. Es fehlt hier gefühlt an Vision oder an Erfahrung. Gerade mit dem Buben der Stäbe. Hier ist eine neue Situation, die lässt euch wachsen. Ihr geht hier über den Horizont hinaus. Ob das eine Reise, ein Umzug ist oder welche sonstige Erfahrung, welche euch begeistert. Aber es könnte hier zum einen an Erfahrung mangeln. Auf der anderen Seite mit dem König der Stäbe könnte es ebenfalls bedeuten, dass gerade die Vision fehlt oder beziehungsweise, was auch wieder spannend ist, ist, dass man mit dem König der Stäbe vorausschauende Entscheidungen trifft. Wir haben also wieder diesen Aspekt vorausschauende Entscheidungen treffen, was hier eine Rolle spielt. Wo ich aber das Gefühl habe, weil er umgedreht ist, dass vielleicht aktuell es an Weitsicht mangelt. Und das hier aktuell noch eine Rolle spielt. Obwohl eigentlich gerade die Dinge sich gefühlt sehr gut bewegen und in eine schöne Richtung bewegen, wo man wieder leichter und euphorischer ist. Gehen wir einmal weiter. Wie entwickelt sich die Situation weiter? Es gibt hier ein paar Unklarheiten. Gerade Asterschwerter umgedreht ist eher die Thematik Verwirrung. Irgendwas ist nicht ganz klar. Vielleicht unterdrückst du oder eine andere Person auch die Wahrheit einer Situation oder die eigene Wahrheit. Aber hier ist eine Wahrheit blockiert oder man kann einfach gerade nicht ganz klar sehen. Nichtsdestotrotz, was wir nach wie vor haben und was ich ganz spannend finde, ist diese Energie von Feuer, was sich weiterentwickelt. Sprich, die Leidenschaft entwickelt sich weiter. Viele Dinge, die in kurzer Zeit passieren. Gerade die Acht der Stäbe ist eine doch sehr starke Erfolgsenergie, wo sich Dinge erfolgreich weiterentwickeln. Wir haben nur diesen Einfluss hier, dass etwas nicht klar ist. Etwas ist nicht klar, kann nicht gesehen werden oder wird vielleicht auch zurückgehalten. Nichtsdestotrotz, hier Bewegung nach vorne gehen, neuer Impuls, neue Energie, neue Begeisterung und hier nimmt das Ganze so richtig an Fahrt auf. Auch kann es sein, dass hier nach wie vor das Thema Reisen ist, Umzug ist, Weiterbewegung ist. Weiterentwicklung nehme ich insbesondere wahr aufgrund dieser Situation, die wir hier gerade sehen. Was auch immer gerade dieser neue Impuls, diese neue Begeisterung ist, das wächst weiter. Und zwar gefühlt sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut. Die Sache ist die, es mangelt hier auf gewisse Art und Weise an Klarheit. Da möchte ich als erstes einmal reingehen. Worum geht es hier? Na, Moment. Ja, zweimal Thematiken, Klarheit. Zukunftsvisionen, Zukunftsvisionen, Bestimmungen. Also eine Karte bitte zum Ass der Schwerter. Umgedreht. Okay. Leichtigkeit, Glück. Es mangelt an Klarheit über gewisse Chancen, die hier vielleicht bestehen. Normalerweise ist das die Energie, dass etwas besser wird. Etwas verbessert sich. Und während ich das Gefühl habe, dass hier wirklich sich etwas extrem weiterentwickelt zwischen dir und der anderen Person, auch Kommunikation gehalten wird, tatsächlich darüber, wie es weitergeht. So mangelt es hier gefühlt an Klarheit, wenn es um irgendeine, es könnte nur eine Kleinigkeit sein hier. Es muss gar nichts Großes sein. Der Klee kann immer auf Kleinigkeiten hindeuten. Kleinigkeiten, die zu Unklarheiten führen. Kleinigkeiten, die zu, ja, dazu führen vielleicht, dass hier keine Kommunikation, wobei hier haben wir Kommunikation. Von daher habe ich eher das Gefühl, dass hier vielleicht eine Wahrheit, dass es dir an Klarheit oder Wahrheit mangelt, bezogen auf Kleinigkeiten hier. Was wir dann sehen, sind die drei der Schwerter. Drei der Schwerter umgedreht ist eine gute Energie, weil jetzt ein Schmerz gefühlt heilen kann. Kann zu tun haben natürlich mit etwas aus der Vergangenheit. Kreative Lösungen werden hier gefunden. Auch hier wieder, da kriege ich wieder, ich kriege das Thema Kommunikation rein. Es wird gefühlt in der nahen Zukunft viel kommuniziert. Viel kommuniziert. Es wird gebrainstormt. Dinge entwickeln sich extrem weiter. Was, kriegen wir bitte eine Zusatzbotschaft hier für die drei der Schwerter umgedreht? Die drei der Schwerter umgedreht, bitte. Ja, die Konflikte. Es gibt hier gewisse Konflikte. Diese Konflikte können zum einen zu tun haben hier mit den Entscheidungen aus der Vergangenheit. Es kann zu tun haben mit mangelnder Erfahrung oder mit, dass Zukunftsvisionen fehlen. Es mangelt an Klarheit aufgrund von Kleinigkeiten, die hier eine Rolle spielen. Und hier gefühlt werden Konflikte geklärt über kreative Lösungen. Es kommt hier also gefühlt ein Konflikt auf oder es gibt gewisse Konflikte, wo man jetzt einfach schauen muss, hey, so ganz optimal läuft es hier gerade nicht. Wie klären wir das jetzt? Grundsätzlich, die Energie, die ich für dich und die andere Person bekomme, ist, dass du hier, dass sich Dinge wirklich rasant weiterentwickeln. Und zwar erstmal auch in eine sehr positive Richtung. Etwas, wo du sagst, hey Mensch, das ist jetzt wirklich hier gut. Ich kriege die Energie von Euphorie, von Begeisterung rein, von auch Erfolg rein tatsächlich. Das heißt, auch wenn es hier finanzielle Aspekte gibt oder dass die Karriere eine Rolle spielt, so gibt es aber etwas zwischen dir und der anderen Person, was sich gerade wirklich weiterentwickelt. Es könnte sein, dass du oder die andere Person hier auch nochmal einen Kurs belegt. Vielleicht mangelt es gerade an Zukunftsvisionen, was das angeht. Kurs belegen hier und dann entwickelt sich hier etwas weiter. Konflikte werden gelöst über kreative Brainstorming-Sessions und Kommunikation, aber es gibt irgendeine Kleinigkeit hier, die noch zu Unklarheiten führt. Ihr Lieben, ich möchte mir das jetzt nochmal in der Tiefe anschauen und einmal gucken, wie diese Person, mit der du es zu tun hast, über dich denkt, für dich fühlt, was die wahren Absicht. Was die Herausforderung oder Blockade ist, um einfach nochmal dieses Bild abzurunden, was wir hier gerade haben zwischen dir und der anderen Person. Ich ziehe auch noch ein paar Orakelkarten und in dem Sinne darf ich dich einladen, mir zu folgen in die Erweiterung. Unter diesem Video findest du die beiden Links, die zur Erweiterung führen. Vimeo führt zum Einzelvideo, Patreon zur Mitgliedschaft, wo dir alle Erweiterungen immer freigeschaltet werden. Und in diesem Sinne fange ich jetzt an und freue mich, dich gleich wiederzusehen in deiner Erweiterung. Also bis gleich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!